Geld sparen, ja, aber bitte nicht auf Kosten der Mitarbeiter. Das ist der Ansatz der Fraunhofer Projektgruppe Prozessinnovation an der Universität Bayreuth. Seit fünf Jahren arbeitet Dr. Stefan Freiberger mit seinem 40-köpfigen Team daran, bares Geld in Unternehmen einzusparen. Der Ansatz? Sparen durch Materialeffizienzsteigerung. Man macht seit vielen Jahren Effizienzsteigerung in Unternehmen und hat sich dort in der Vergangenheit sehr häufig auf die Personalkosten fokussiert. Wir haben festgestellt, dass die Personalkosten gerade in produzierenden Unternehmen nur noch 18 Prozent der Ausgaben ausmachen und die Materialkosten weit über 40 Prozent. Und daher ist unser Ansatz, wir wollen die Materialeffizienz im Unternehmen steigern und uns nicht damit beschäftigen, Mitarbeiter im Unternehmen entlassen zu müssen. Soweit die Theorie. Die Praxis findet vor Ort statt, bei den unterschiedlichsten Firmen. Seien es Kunden aus der Papier-, Holz-, Metall- oder Kunststoffindustrie. Die Fraunhofer Mitarbeiter, zum Großteil Ingenieure, finden sich in jedes Unternehmen ein. Wir arbeiten immer in einem Unternehmen vor Ort, besprechen dann eben, welche Bereiche wir uns anschauen und schauen uns dann verschiedenste Bereiche im Unternehmen an. In der Produktion, im Lagerbereich. Beispielsweise schauen wir uns an, welche Beschädigungen durch Transport entstehen oder eben, wo Material unnötig abgeschnitten wird. Also Verschnittoptimierung, solche Themen schauen wir uns dann an, besprechen und analysieren das mit Unternehmen gemeinsam und entwickeln dann Maßnahmen. Ein effektives Konzept, das obendrein bares Geld spart. Ein bis zwei Prozent Materialkostenreduktion pro Jahr. Das entspricht in etwa 50.000 bis 100.000 Euro. Wenn Sparen nur immer so einfach wäre.